Die Händler sind schon weniger geworden. Ich meine, es wären 189 letztes Mal gewesen. Da sind wir also am Arbeiten dran. Ja, und weiter. Was machen wir weiter? Gute Frage. Wir waren unten im Keller und haben da ein paar Kerzen noch gesetzt. Da wird wahrscheinlich noch dran gearbeitet. So tief war das, glaube ich, nicht. War das hier? Oder wo war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, hier haben wir die vielleicht gesetzt. Könnte das sein? Ich glaube schon. Hier sind auch noch ein paar. Da krähte gerade der Hahn. Gut dann. Kerze. Kerze. Gut. Kommt da erstmal so hin, ne? Da kommt auch eine hin. Und ist das da richtig? Ich glaube ja, ne? Ja, passt. Müsste da hinkommen. Dann sitzt das. Hier sind eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, da ist dann die Mauer. Geht also da nicht. Lassen wir da weg. Und hier. Da ist dann da eigentlich nötig. Okay, das wäre passend. Das ist schon zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze. Da käme einer hin. Und da kommt auf jeden Fall einer hin. Jupp, da geht nix. Aber hier wird es irgendwo wieder gehen, eigentlich, ne? Ich tippe mal drauf, wenn ich so gucke. Könnte da sein, ja. Gut, da sind welche runter marschiert. Hundert Helden, oder holen die irgendwelche Sachen irgendwo weg? Könnte auch sein, dass sie irgendwelche Sachen holen, ne? Wo ist er? Da ist er. Oder die. Läuft hier runter weiter. Noch weiter. Geht hier runter. Geht da hoch. Okay, das bedeutet, wir machen mal hier gerade eine Grabung. Weil die muss ja da so ganz rumgelaufen. Das muss ja nicht sein, ne? Ja, hier können wir definitiv das auch wegmachen. Die Frage, wo jetzt hier noch vonnöten ist, ne? Hier hinten wird bestimmt auch noch irgendwas sein, ne? Dann würde ich mal sagen, sieht das hier so aus, als ob wir hier schon mal was gemacht haben, oder? Dann bohren wir da mal weiter. Dann können wir natürlich auch da abbauen. Geht auch. Machen wir das mal auch weg. Gucken wir mal, wie es weiter wird. Ach so, die haben da unten eben bestimmt die Knochen geholt, ne? Für unseren Händler. Das könnte natürlich sein, dass sie deswegen hier runter marschieren. Na ja. Dann gucken wir mal gerade nach oben. Der steht da auch noch. Und hat wie viel zu kriegen, noch? 165 läuft gerade schlecht, ne? Zu wenig Träger, ne? Hier fehlt es irgendwie auch noch an Licht. Können wir noch was dran betun, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Gut, läuft erstmal. Und die Kerze müsste da hin, ne? Ja. Und die Kerze kommt wohl da hin. Gibt es da auch noch eine Möglichkeit? Nein, da ist ein Busch oder sowas. Aber da geht es dann auch ein bisschen mehr Licht. Wo würden da die Kerzen hier stehen, denn? Ja, hier, ne? Und da auch eine. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das richtig ist. Aber lassen wir mal so. Ja, hier wäre wohl eine. Und diese da, die steht irgendwie verkehrt. Aber ob die verkehrt ist, ist die nächste Frage. Vielleicht steht auch richtig und ich vertue mich nur. Und wenn wir die auch mal gerade anlocken. Ja, jetzt ist natürlich die App gewählt. Und hier wäre wahrscheinlich richtig. Und da auch. Und da ein Unlock. Ja, passt erstmal. Die könnte noch jemand woanders hinstellen, aber naja, ist jetzt auch nicht so von Bedeutung erstmal. Gut, dann gucken wir mal, was hier unser Obergeschoss macht. Haben wir da irgendwas gemacht? Ah ja, hier haben wir Räume gemacht. Die sind auch schon ein Stück weiter. Das heißt, wir können da noch ein bisschen die Mauern ziehen, die Wände. Okay. So. Zack. Zack. Fertig. Da hin. Dorthin. Dorthin. Fertig machen. Das passt. Und das bis dahin. Hier ist ein Flurglaub, ne? Oder wie ist das? Wie sind das? Vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Mauer, ne? Da ist ein Durchgang, würde da auch noch passen, ne? Dann könnte man da noch einen Raum machen. Personal Room. Ja, der wird da so dann hin, ne? Jetzt ist noch die Frage, wo die Mauer hin muss. Wo der Mauer nicht, wo der Eingang ist, ne? Ja, ich mache ihn hier hin, oder? Eingang ist jetzt da. Und da müssen wir dann überlegen, wie es weitergeht. Wenn wir da jetzt mal gerade den aufrufen. Dann wäre das vier. Dann wäre das vier. Eine Mauer. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Passt nicht ganz, aber... Na, komm nochmal. Das ist vier. Das ist auch vier. Könnte aber fünf der Sonnen sein. Machen wir den größer. Ja, lass so. Sollen sie erstmal da weiterbauen, ne? Gut, das haben wir geklärt. Wie schaut's hier mit unserem sonstigen Geschehnissen aus? Hier haben wir ja so eine schöne Balustrade, oder wie man das auch nennen möchte. Hier waren Kerzen. Eine ist da schon... Ne, zwei sind da schon hingekommen. Okay. Diese steht irgendwie falsch. Oder die. Drei, eins, zwei. Ja, super. Die muss da hin und nicht da hin. Läuft mit den Kerzen. Da und dort. Und... Kerze auswählen. Kerze... Auswählen. Hinbauen, hinbauen. Unlock. Unlock. Und das gleiche ist natürlich dann da, ne? Die muss da hin und die muss da hin. Und dann müssten wir gucken, dass wir das löschen. Geht auch noch. Wunderbar. Okay, der kommt da hin. Die Kerze ist frisch gebaut gewesen. Und die kommt da hinten hin auch gut. Läuft. Dann ist diese hier auch noch verkehrt. Unlock. Die restlichen sind wohl aber richtig. Ja, sieht gut aus. Gut. Hier müssten wir dann nochmal gucken. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, der Baum muss weg. Gather Peer Tree. Und dann shoppen wir den und dann ist er weg. Könnte sein, dass er so passt, ne? Muss mal gucken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kerze da. Super, ne? Auch da ernten wir erst ab, bevor wir den Baum umhauen. Jetzt brauchen wir einen Baumfäller, der das da gerade erledigt. Okay, da kommen wir dann auch. Wenn der da weg ist. Appletree shoppen wir auch da down. So, da wird geholzt dann. Kann ich nicht hinbauen, weil das Holz da liegt. Super, ne? Kann halt mal gerne einer abholen. Da kommt jemand, aber nicht für das. Der hat einen Apfel gegessen oder so, wahrscheinlich. Ja, dauert und dauert. Da oben kommt Bär, aber der holt nicht das, was ich brauche, ne? Der macht den zweiten Baum weg, wahrscheinlich. Ja. Und Holz liegt an beiden Stellen. Funktioniert nicht. Jetzt ist die Frage, wann da einer kommt, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Tja. Destroy geht auch, ne? Da kommt einer. Was macht der? Von oben kommt einer. Und holt das Holz weg, geil. Da kommt die Kerze hin und da muss er noch. Jetzt muss noch einer das Holz da wegholen, ne? Dann haben wir es geschafft. Läuft dann. Ist nur gerade keiner da, der es holt. Für die Wände wird oben natürlich Holz benötigt, wie wir immer wieder sehen. Das ist schon mal gut. Dann holt vielleicht da einer das Holz gerne weg. Aber dauert ein bisschen lange, ne? So, wie ist es denn da oben aussehend? Da ist ja schon ziemlich fortgeschritten, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder so. Ich glaube, da können wir schon oben auch was bauen. Toll, dass er gut geklappt. Okay, da kommt dann auch einer drauf. Die Ecke fehlt noch, ne? Jo. Die auch. Da gibt einer und baut das zu. Aber wenn wir da schon so weit sind, ne? Dann können wir jetzt hier definitiv hier schon die letzte Reihe auch noch draufsetzen, ne? Ach, Türen wären vielleicht noch sinnig, ne? Einmal zum Möbeltischler und bitte Türen bestellen. Da. Da kommen die Türen rein. Passt. Könnt ihr hier natürlich auch einer hinmachen, ne? Dann zieht es im Flur nicht so, oder? Machen wir einer hin. Gut, die sind kräftig am Bauen hier. Da nochmal zurück zu den Wellen. Und das auch fertig machen. Das kann auch schon zu. So, das läuft. Dann können wir irgendwie da schon so machen. Und da wird er jetzt nicht, ne? Ne, das wird er nicht. Mal. So geht's. Und da geht's so. Und da geht's so. Das passt schon. Also weiß ich jetzt nicht, ne? Ist das... Oh, das ist wohl da oben, ne? Schwer zu erkennen. Okay. Jetzt ist es vorbei. So. Da sind wir dran, ne? Ist unser Baumstamm jetzt hier weg? Ich glaube ja, dann können wir da noch schnell eine Kerze hinbauen. Die war da. Und zwar... Das hier? Glaub schon, ne? Ja. Sollte passen. So, Kerzen können sie alle hinsetzen. Alles gut. So, dann ist das hier auch fertig soweit. Dann muss man gucken. Oh, guck mal, da stehen ja schon ein paar Klamotten. Ja, Harvest. Und dann Backhauen, ne? Wird so sein. Da muss die Kerze hin, ne? Ja, ist definitiv da, ne? Jetzt liegt das Zeug da, ne? Na, na, super. Okay, dann lass das liegen. Ist auch egal. Und müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir das wegkriegen, ne? Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.